Und wenn du das nicht alleine machst, wird das auch noch alles aufgeteilt. Und alleine machen ist halt auch schwer. Alter, links, rechts, rechts, links. Ey, das ist jetzt kein Witz. Ich krieg gerade Kopfschmerzen. Ey, kaum spiel ich GTA, krieg ich Kopfschmerzen. Ich spüre, wie es in der rechten Gesichtshilfe anfängt zu pochen, ey. Oh, dieses Game, ne? Dieses scheiß GTA-Dollar. Ja, Mann, was war das denn, ey? Blablabla. Boah, für 360 wäre das Leben einfacher, ey. Mach einmal zack, ey, und hast du, weiß ich nicht, wie viel Geld, aber da hast du auch die ganzen Add-ons halt nicht, ne? Ist ja auch krass, ne, die hauen immer mehr und mehr raus. Und das nur, um möglichst lange Geld zu machen mit dem Spiel, ey, das ist ein Knaller, ey. Aber ich weiß nicht, wie oft ich mich darüber schon aufgeregt habe, aber was willst du machen, so ist halt einfach. Das ist einfach diese Dreistigkeit. Dem Spieler einfach abzuzocken. Ist unglaublich. Ich kapier's bis heute nicht, aber was soll's. Wollen wir mal gucken, was ich da noch so sogar stehen hab, ne? Komische Schüssel. Die anderen sind alle abgedeckt hier. Äh, sind auf jeden Fall noch ein paar Autos über. Die ich wegbringen könnte. Betonung liegt auf könnte. Okay, das sind ja nur abgeschnittene Fronten irgendwie. Da steht auch noch einer. Auch noch eine Benji. Wie viele Autos man hier drin lagern könnte, ne? Boah, Hammerhart, ey. Da oben steht auch noch einer. Wenn die Server nicht immer voller kleiner, rachsüchtiger Kiddies werden, die einfach nur nerven, dann hat das alles kein Problem. Aber das ist schon alles ganz gut durchdacht von GTA. Also, ich hab ja jetzt mehr erwartet, ne? Also, anscheinend bin ich ja schon durch mit den Neuheiten. Außer jetzt die Spielmodusse, die noch dazu gekommen sind. Aber ansonsten, nur teure Autos dazu gekommen, oder was? Bin ich bescheuert? Ah, diese krüppelige Zahl. Joa, was macht man jetzt richtig, ne? Ich meine, ich kann die Karre da, die ich haben will, einfach kaufen, aber... Pfff. Dann hab ich nicht mal mehr genug Geld, um die zu tunen. Das ist ja genauso... Äh, ne? Das ist ja genauso teuer. Zahlt's ja auch, ey. Drei, vierund, bis der Wagen voll aufgemotzt ist. Jetzt ein paar Mitspieler so hätte. Ich hätte jetzt ja gesagt können, oh, ich mach mal ne Gruppensuche auf, aber dann stützt ja der Stream wieder ab. Pfff. Oder einfach mit Fremden spielen. Ein auf, so, weißt du? Das andere könnte ich eh grad nicht machen. Jetzt blöd durch die Gegend fahren, hat auch keinen Sinn. Kann ich mich lieber ein bisschen aufregen, weil diese scheiße Arschlöcher mir auf den Sack gehen. Crap. Erzeugmissionen kann ich auch noch in F machen, glaub ich, ne? Am besten den Raubüberfallglitch machen die ganze Zeit, ey. 8 Minuten, 800.000. Oder alle 10 Minuten, keine Ahnung. Ja. Gegner-Modus. Ne, ich möchte schon aussuchen, was ich spiele. Steige in ein Fahrzeug und ab in die Arena. Du brauchst Power-Ups. Ein guter Reflex um diesen hektischen Kampf der Kraftfahrzeuge. Das ist das, was ich mir ausgedacht habe. Manchmal überlege ich mir, oder stelle ich mir irgendwie vor, oder habe ich das Gefühl, dass diese Entwickler meine Let's Play stalken und sich da Ideen holen, Alter. Darüber, genau über so was habe ich gesprochen, schon mal. Vor, keine Ahnung, wie viele Monate, oder vor einem Jahr, oder so, keine Ahnung. Was ist das für ein Scheiß? Ist es da, ja, ja, ja. Was ist das alles hier, ey? Was ist das alles hier, ey? Okay. Ja, das war ja neu, zuletzt, das habe ich mal gespielt. Aber ich habe keine Spieler dafür. Ha, Witz, komm raus! Probier mal Spezial-Rennserie aus. Guck mal, was da abgeht. Auf Jobsuche. Wir haben uns gerade bei der Arbeitsagentur von Los Santos bewerben, ja. Jobcenter regelt. Wissen, dieses Wetter spiegelt die Gefühle für GTA von mir wieder. Einfach scheiße. Boah, ich habe so lange GTA gespielt, also über 700 Folgen, ey. Bin einfach am Ende meiner Kraft für dieses Spiel angelangt. Größtenteils aber auch, weil die mir einfach das Leben ausgesaugt haben, förmlich von Rockstar, ja. Mit ihren asozialen Aktionen hier. Ich meine, es ist ein geiles Spiel, aber es ist so unnötig teuer. Es ist einfach so unnötig teuer. Dagegen ist World of Warcraft oder so ein Witz, ey. Du musst hier über tausende Euros investieren, wenn du nur Cashcards kaufen würdest. Das ist so behindert. Alter. Ich kenne mich mit dem Auto nicht aus, ey. Ich werde sowas von verrecken. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung von dem scheiß Auto hier. Ohne Witz jetzt. Alles klar, ey. Ach so, da war das. Ich habe vergessen, wo das geht, ey. Das muss ich mir erstmal alle merken, aber. Da geht das, okay. Ich bin ein Kackenhoof alleine. Ich habe das Ding noch nie gefahren, ey. Weil ich kein Geld habe gehabt. Verstehst du? Ich fahre ich voll gegen die Wand, ey. Ich bin voll pinnert. Oh, bin ich doof, ey. Alter. Ich muss mir das erstmal einprägen. So richtig pinnert. Oh, nee, ey. Naja, zumindest bin ich noch dritter. Zweiter. Warum auch immer. Erstplatzierte lacht sich wahrscheinlich ans Fäustchen. Ich habe ich jetzt geschafft, wieder zweiter zu sein. Nein, ey, keine Ahnung. Keine Spielmusik. Oh, wie lange ist er drin? Oh, wie lange ist er drin? Dieses Naja. Dann gab es mir. Ja, ich bin irgendwie nicht. Oh, wie lange ist er drin? Oh, wie lange ist er drin? 一直 kam raus? Und Past работает undормzeit zu sein. Überraschen, wenn die Everywhere dabei gearrey geht, auch immer ans könnte, Date war es dann doch, Ich weiß zwar nicht, wofür man hier den Fallschirm braucht, aber... Okay. Den erstplatzierten werde ich wohl nicht mehr kriegen. Das scheint mir ein bisschen zu gut zu sein, aber... Okay, ist okay, ist okay. Ist mein erstes Revit im Auto, ohne Witz jetzt, ey. Oder ist das da vorne? Dann lach ich mir aber kaputt, da muss ja ganz schön langsam sein, der Typ. Ich komm dich holen, bitch!